Willkommen zurück zu SMILE! Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play in das Kaninchen und mit dabei ist Arzonai, Leofair, Forcefuli und Meeresgrund. Hallo! Gut, der Rest will nicht reden. Heute ist Patch Day und ein neuer Gott ist rausgekommen, Nemesis! Subic hat kein Leben. Ein sehr schönes Operteil hat Nemesis an. Auf jeden Fall. In beiden Skins. In beiden Skins. Einen, den unten, den anderen. Und ich habe mir heute denn deswegen auch einmal das God-Pack geleistet. Endlich. Endlich. Das ist aber auch auf drei Viertelmillionen Favor. Das ist aber auch auf beiden Skins das Gesicht nicht. Kann auch durchaus einen Grund haben, oder? Naja, das liegt daran, dass Nemesis ist ja die Göttin des Gleichgewichts. Das ist ja wie Justitia im Endeffekt. Die hat ja auch die Augen verbunden. Ach so, ich hätte einfach gesagt, die ist wahrscheinlich sehr hässlich. Nee, das hat ja was damit zu tun, dass die Gerechtigkeit und das Gleichgewicht blind ist, damit sie keinen bevorzugt. Großartig. Finde ich großartig. Und damit ist es ja... Das ist so eine verrückte Story. Ja, ja. Ja, das ist verrückt, ne? Das ist griechische Mythologie über Jahrtausende gewachsen, ne? Und deswegen ist sie ja eigentlich auch kein echter Gott, weil sie ja mehr so im Prinzip ist, wie Thanatos auch. Das heißt, wir haben ja eigentlich Clash of the Principles. Ja, fehlt nur noch Kronos. Genau. Irre, wie da was gelernt wird. Irre? Ja. Irre? Manchmal lernt man auch was. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Patchday hat noch ein paar andere Sachen gebracht, so zum Beispiel diese neue Übersicht mit den Skills, was oben immer angezeigt wird, wenn man was skillt. Das finde ich aber ganz schön gemacht eigentlich. Ja, das finde ich auch großartig. Auch wenn man was tötet, gibt es auch ein neues Bild. Ey, das ist noch für meine. Wo wollen wir sie mal töten? Ich geh sowieso aufpacken. Ich hab keinen Mann an, ja. Ich holte gleich. Nein. Warte. Hat sie noch kurz? Ich hab noch meine Ulche nicht. Ich auch noch nicht. Jetzt. Jetzt. Ich noch nicht so. Es fühlt sich an wie Einkaufen gehen. Los mit Gegnern. Erst mal ulten. Klar, das ist... Los, ihr... Warum? Oh, Mann, 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 Mann. Nein. Ich werde mit einem Bogen verfolgt. Töte ihn. Da, gut. Oh, hey, 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 Bro. Ich kann leider nichts tun, ich muss weg. Ich hab noch keinen Live-Leach. Ey, ist gemein. Schnauze. Oh, das ist scheiße. Ja, bye. Oh, war Tank getauscht. Was haben die denn da viel? Ja, Minions! Herzlich willkommen, liebe Minions! Das war noch kein Schaden. So, Delay ist viel zu lang. Für was? Meine drei hatten jetzt richtig langen Cast-Time. Irgendwie so eine Sekunde oder so. Oh, ach so. Weil sie das geändert haben. Ja. Echt? So will ich zugenannen. Ich kann es dir mal zeigen, warte mal. Dabei ist er doch eigentlich so ein fetziger Gott. Na, ist er wirklich langer. Krass. Wieso? Ist deine Reichweite größer? Nein. Ich sah nämlich gerade so auf. 4 Sekunden! Schade. Zehn Sekunden, dann geht es wieder... Ich hab noch 15. Ja, okay, dann hol ich mir noch kurz meine Schuhe fertig. Okay, dann hol ich mir auch noch Quinsblades fertig. Ja, der erste Skill ist so ein Dash, womit ich zweimal dashen kann. Schaden mache und ja, durch alles durchdashen kann. Die 2 ist so ein lustiger Schnetzer. Oh, wie hab ich dir das gerade gefehlt? Erstmal rausulten. Tschüss. Boah, das war aber knapp. Kein Leben. Ich bitte auch mal, damit ich hier alle auf einem Punkt habe. Heilung! Oh, ich hab keine. Heilung! Ja, ich war ja tot. Oh nein, rennen! Ja, mach den Bengel platt. Was spielst du denn hierher? Weg mit dem Spiel. Ja, sehr gut. Okay, jetzt muss ich mal Quinsblade holen, weil ich hab... Quatsch, Quinsblade. Ähm, Asi mal holen, damit ich ein bisschen Lifestyle habe. Oh, irgendwer ist... Oh, ich stehe jetzt bloß mal ne Ulti. Du hörst das Pochen ständig, ne? Wenn ihr Damage machen wollt oder nicht sterben, spiel Tank a Toast. Was ist denn Tank a Toast? Tank a Toast. Tana Toast bloß als Tank und ein Toast. Achso. Okay. Was auch immer. So eine einzelne Ulti machen einen prozentualen Schaden. Huah! Hey. Hey. Warum immer, ey? Schlauze! What? Warum hat man eins grad nicht getroffen? Ecker. Oh, aua. Ah. Ich bin rausgetappt plötzlich. Deswegen hattet ihr auch kurzzeitig dort ein Standbild, schätze ich mal, liebe Zuschauer. Oh, Alter, bin ich schlecht. Erstmal Ulten. Hier. Oh, du hast grad noch dein Ult rausbekommen, Alter, wie lacker. Sehr gut. Komm, den bekommt ihr noch. Und weg mit dem Müll. Ah, zwei Lorleis, schade. Weg mit den großen, fetten Trashmobs. Ähm. Ähm, wollte ich mir jetzt wollen? Das ja. Möchtest du mir den Speedball haben? Ja. Ja, oder so. Aber kannst du ruhig, nimm ruhig, wenn du... Komm, ne, äh. Arzenei, komm, wir gehen ja schnell auf die andere Seite. Hier kommt da, ihr Kinder, da soll ich den rätseligen Kram. Ich hole euch alles hier. Ich lass mich doch hier nicht vor einer Athena verarschen. Ja, die hat jetzt gerade geklaut, nur so. Ah, du Beziege. Gebt mal weg hier rechts. Archt. Pool Seidon. Oh, oh, oh. So, und jetzt mal schnell auf die andere Seite, damit die... Oder in die Mitte wieder. Deine Mitte. Meine. Pool Seidon. Ja, das ist ein Skin für Poseidon. Mit einem Pool. Hier übrigens, das Krokodok ist dreiviertel tot. Und du auch. Oh, ey, dieser Lacker von Lackestown. Danke, danke. Watt auf Eples. Nicht Gredi sein. Doch, das muss jetzt sein. Ich weiß, ich starb, aber das musste jetzt sein. Ich weiß, ich starb. Ja, das klang sehr melodisch. Ist mir auch aufgefallen. Ich weiß, ich starb. Ich weiß, ich starb. Kleiner Pro. Eht. Ja. Aber der musste jetzt gerade sein. Der musste sterben. Das ist mein erster Kill. Der musste sein. So. Jetzt kann ich mich vernünftig wieder benehmen. Das hätte ich jetzt auch... Ich ulti übrigens. Das ist... Huah, Mann, ey. Okay, tu das. Ja, Frieden. Ja, Frieden. Ja, Frieden. Frieden und Ultis. Oh, ey, das ist jetzt aber gar nicht schon rein. Ja, huah. Mach mal die Cupid Lowlife da. Hier ist schon Lowlife. Noch ein Low... Ah, ah, mhm. Bitte. Hilfe. Hilfe. So, noch gerade in Zeit. Ich war schon auch runterdashen, als er ganz Lowlife war. Ah, das ist Skill, weißt du? Das war alles geplant, ne? Ja. So, Beck, du nervst mich. Um ihnen Sicherheit zu wiegen. Ich werde jetzt auch gleich ein bisschen tankiger spielen. Die machen mir zu viel Magical Damage. Die Heal, die haben doch Cupid da drüben und, äh, na, okay, dann. Die Heal gegen Cupid, ne. Welches Magical Defense Item lohnt sich denn? Magical Defense Item bei dir? Also ich mag immer noch das Bullwork. Ja, ein bisschen Leben ist immer ganz gut dabei, das stimmt. Boah, ne? Läuft. Ich kann ihn in 10 Sekunden wieder rein ulten hier. Ja. Warum verbrennst du den? Weil er aus Wasser ist. Das macht Sinn. Das macht erschreckend Sinn. Mach auch aus, David. 4, 3, 2, 0. Ich gehöre mich um den Poseidon. Ich hab's stupid. Hier ist stupid. Das ist halt für die Schuss. Na, kriegt ihr den jawohl. Schön gemacht, Azonai. Ein gemeldetes Grauen. Nein. Auch noch, sehr schön. Hier ist ein Po Poseidon hinter euch. Hallo, hinter euch. Umdrehen. Danke. Minions, schnell. Ich bin nicht so, als ob ich Tanki wäre oder so. Ich sterbe zu oft. Ich sterbe viel zu oft. Oh, oh, healing. Ah, uh. Ich will gehen noch weg. Ah, ich muss gehen. Vile Serenity. Ho, ja, ho, ja, ho. Sorry. Was auch Fatales hier? Chase for Days. Zurück. Zurück. Das ist ja ein Puck in der Sonne. Hurgs. Hurgs. Ich wollte wieder. Hurgs. Ja, immer drauf wollte. Kennst du schon totes Krokodil? Vom Nil? Ne, vom Nil noch nicht. Geh doch mal weg hier. Ah, fail, Alter. Fail hard, sagst du? Oh ne, nicht das schon wieder. Den Trick kenn ich doch schon. Ey, hör auf. Oh Gott. Oh, wie schlecht ich einfach bin. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles bauen soll noch. Oh, ich bin so schlecht. Ah, was ein Mitch. Oh, bin ich schlecht, Alter. Sie hat ein erschreckend großes Schwert eigentlich, finde ich. Ja. Das ist richtig. Oh, Speedbuff. Cool, das ist wieder ready, vielleicht können wir irgendwas damit tothauen. Ah, tothauen wir auch noch. Ich nehme den Speedbuff hier, wenn es keiner nimmt. Ja, natürlich, hau rein da. Lass ein Athenchen hier rechts. Hinter dir ist auch weg. Da sitzen sie alle hier. Aha, Beats, du Luke. Habte. Ah. Bultbot, Alter. Hör mal auf. Bultbot. Ah, kracken. Quacken, um genau zu sein. Geht mir mal auch so einen komischen Typen hier, hab ich gehört. Hier, den Loverboy. Ja, die ist aber schwer einzubringen. Hinter euch. Schön. Sehr gut. Hier, komm, den Neuen. Die Neue. Das ist total... Ja. Ja, schade. Ach, schade, ja. Ja, komm, der. Ja, ich hatte die schon im Ziel, aber Cooldown noch gehabt. Sehr schön. Und jetzt hier auch noch? Ah, ich bin so schlecht. Ich stand das Target fail, jetzt kann doch nur ich. Ich muss mich zurückziehen. Oh, ne. Oh, schön in die Base. Ne, ne, hör mal auf, du. So. Es sah aber schön aus. Would you tweet, please? Ja, okay, komm, lass mal movement hier. Lass mal raus hier. Ja. Nix da. Oder? Ich bin normal, du kommst mit in die Base, ne? Ne, glaub ich, der find das doch nicht so cool. Oh, meia, ich bin totaler Junge. Niau. Krokodite Shackle. Athena anzünden. Das ist mal die kaputt, Alter. Ich find auch ein Deuter anzuzünden, das geht nicht. Das darfst du nicht. Oh Mann, ey, hört mal auf mich zu chasen. Das könnte gut. Ja, das war's dann auch schon. Ah. Schnauze. Boah, dringend Lifestyle, ey. Boah, dringend alles. Mehr von allem. Schön Meeresgrund. Mehr von allem. Oh, leider sterb ich. Oh, danke. Ah, reicht's? Nein. Aber danke. Gegen vier hat's dann nicht. Ja, warum lew ich denn noch? Ich hab's schon längst noch abgefunden. Ah, schön. Oh, ne. Ja, so ist das jeil. Dich ultig aber, du fetter Sobek. Komm, charge doch weg. Dann halt nicht. Dieser evil laugh hier, ey. Schnauze. Schön. Jetzt bleib doch mal hier, ey. Ja, dankeschön. Ja, ne, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Schnauze. Kann sich auch nur beschweren, weißt du? Ja, tut mir leid, aber... Das kann nicht mal. Nur beschweren. Schreck gesternhaft. Ach, sieh, jetzt mach ich Action. Hab ich gehört. Im Internet. Ach, sieh hab ich auch schon. So, jetzt hab ich auch Schuhe. Schuhe. Heiligeil, dankeschön. Ich mein, was? Your error are unpunished. Wer hat dich nicht retten können. Oh, bei. Bleibsteel. Oh, mh, aua, ah. Aha, ja. Tschüss. Nein, nein, nein. Nein. Dummer. Oh, da kommen wir noch beide, ey. Ich muss mich leider zurückziehen, das tut mir sehr leid. Ja. Danke für die Ulti. Ich glaub. Oh, die entkommt sogar beide, oder was? Jawohl. Uh. Komm her, du. Du kannst nichts. Sehr gut. Wir sind richtig krass weggekommen, Mann. Ja. Ich hab eigentlich gedacht, die kriegen uns beide noch. Oh, Cupid, du kommst nicht weg. Okay, oder so. Die kommst nicht weg. Na? Und du auch nicht. Yeah, Enkel. Oh, ich fühl mich. Möchtest du einen Cookie? Ja. Mami, hol die Kamera. Mami, hol die Kamera. Ich hab einen Kill bekommen. Hol die Kamera. Hier, ich hab Cupid geshackled. Bam. Hier kommt der. Ey. Sieb. Ah. Uh. Ja. Schnauze. Fein. Ah, shit. Ich bin so schlecht. Ja, Dash halt weg. Hier kommt eine Art Abrena, oder wie die auch heißt. Abrena. 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 ich kann nicht mehr meinen Rot holen. Ich will rechts in den Speeter. Nein! Ich warte noch ganz kurz, dann kann ich mir Bulwock komplett holen. Hier, Freya. Nach links los. Los! Warum? Ja, das ist fangettbar. Ja, fein. hai, aus. Schnell, der geht weg. Der geht weg. Der geht weg. Der geht ohne dich. Ja. Bock auf dich. Ich kann wieder in sechs Sekunden holen. Na gut, dann warte ich ein bisschen. Ja, warte mal, Pilz, hier. So, jetzt kannst du reingehen. Pro Seite und mehr brauchen wir nicht. Wir können auch den so weg, wir können alles hin. Oh, ey, nee, der Ding, alter, das Anti-Helien-Finger war echt nicht cool. Oh, toll. Nein, geh weg. Ja, Tee, da hole ich mehr. Hm, was für ein, ja, oh, nee, toll, da kam von der Seite hier irgendwas noch angekrochen. Da fühlte ich mich schon sicher. Hier, lass mal. Das ne, für ein Bitchfight. Burning Man Contest. Das war gut. Lass mal aufräumen. Oh, nee, m-m, Anti-Slow, tschüss. Oh, ey, nee, ich taunt für dich aber nicht cool. Oh, so weg, du Fail, Alter. Jetzt, oh, komm, hier, m-m, da kommen die Basics hier, tschüss. Und, alter, m-m. Nein, 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 tschüss. Tschüss, bye-bye. Ach, ich bleib mal hier. Na, Livestil hier, bis zum Geht nicht mehr. Ach, das war ein Fail. Danke für hier. Ich hätte auch ganz gern so hier links. Gut. Ach, hier, ich holte auch für Cupid's. Ne, da hab ich schon voll. Du schon wieder, Typ, ey. Danke für, danke für die UL. Na, reicht aber auch nicht, oder? Sie ist einfach so stark, ne? Oh, dieser geile passive Heal, Alter. Und, komm, der nächste, oh, nee, die hat Gage, das fand ich nicht cool von der. Oh, sch... Schwach, schlecht. Nein! Bin total O-O-M. Oh, alles. Nrgh. Out of alles. Nrgh. Nrgh. Siehste? Jetzt hätte ich Meditation gebraucht. Singen. Natürlich. Ja, hätte ich Meditation gebraucht, wäre ich... wäre ich weggechargt. Unbest... Also, ne? Ja. Keine Logik. Meditation ist direkt. Ach, wat? Ausländerstall, das ist... In der Arena würde ich es mir auch nicht wollen. Ach, schon. Ach, was, Alter. Klar, wie geht es eigentlich jetzt mal einen nützlichen Moment. Ja, das ist wie in DSA, von wegen, jetzt hätte man den Zauber mal gebrochen können. Ich müsste versuchen, die Fall zu silence, bevor die Beats sind, das wäre ganz geil. Oh, ja, das wäre fies. Oh, hier, die macht mich schon wieder kaputt. Ach, toll, das sollte uns... Oh, Failhard, Alter. Schön gemacht. Ja, ich bin tot. Oh, die Ult. Ah, Liebe. Oh, es hat ein Verlieb, Alter. Die Nemesis macht 1555 mit Basic Striction. Nein, 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 nein. Nein. Duh. Duh. Ich zeige nochmal... Der Cupid, der liegt jetzt mal richtig los. Ja, richtig. Wir facken dicke. Ja, okay, du bist weg. Komm, ich ultere jetzt ran und hole meinen Kill. Na, lame. Habt ihr das gehört? Was denn? 1555 Basic Attack von Nemesis. Ja. Ja, ein schönes Match. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020